Dampfnudeln 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 gibt's i ganz evo, Dampfnudeln tagut nach, Dampfnudeln gibt's bei uns so lang, Mutter oma. Dampfnudeln und Rehragu, Dampfnudeln mit Kompott, Dampfnudeln schmecken sagisch gut, sa-pa-ra-lo. Dampfnudeln Dampfnudeln und ein Kirschen dauch, Dampfnudeln und ein Lauch, Dampfnudeln und ein Apfemurst, des gibt am Bauch. Das Dampfnudel gibt's zum Tee bei uns, das Dampfnudel zum Kaffee, Dampfnudel mit Kartoffel-Schnütztos reicht, okay. Dampfnudel, 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 Dampfnudel und ein Bier dazu, Dampfnudel und ein Sack, Dampfnudel und ein Schwein Sachsen, das gibt da Kraft. Dampfnudel und ein Butter drauf, Dampfnudel und ein Brat, Dampfnudel, wenn's zum Essen gibt, ja, nein, so ein Staat.